Hallo ihr Lieben, wir lieben natürlich nicht nur Ingolstadt, sondern wir lieben auch die Mode. Und um ein richtig tolles modisches Outfit zu haben, braucht man auch eine richtig tolle Brille. Und da sind wir heute bei einem der besten Optiker der Stadt, bei Mayer Optik. Und ich freue mich, euch den Franz Mayer vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Franz, gib uns mal den Durchblick, welche Brillen sind gerade richtig im Trend? Meine. Leichtes Material, zweifarbig, matte Farben, wunderbar. Nicht schlecht, und welche noch? Nerd war gestern, jetzt sind die Kunststofffassungen dünnrandiger und elegant im Gesicht. Das Leben kann so schön sein, Franz. Bei was oder bei wem hast du die rosa-rote Brille auf? Du weißt ja, ich habe meine rosa-rote Brille immer auf, weil ich immer positiv das Leben gehe. Thema Sonnenbrille. Gibt es ein Traumland, Franz, in das du mal reisen möchtest? Und wenn ja, in welches? Kuba. Einfach die Atmosphäre spüren, in einem Club die Musik hören, die Gerüche, den Eindruck zu sehen, die Menschen in der Bewegung, das wäre geil. 25 Jahre Optik Meier. Wir blicken mal zurück und fragen den Franz, an was er sich am meisten erinnert. Erinnern kann ich mich an vieles, aber das Schönste für mich ist, dass ich mit der gleichen Leidenschaft und Liebe diesen Beruf ausfüge, dass ich ganz tolle Kunden habe, ein wunderbares Team, dass ich eine Familie habe, die immer hinter mir gestanden ist. Und das Schönste für mich ist, dass mein Sohn dieses Geschäft übernehmen wird. Das macht mich richtig stolz. Ja, toll. Ich habe heute nicht nur zu meinem Sternzeichen passend ein Brillenputztuch gefunden, sondern wir haben unglaublich viel über Brillentrends gelernt. Vielen Dank, Franz. Hat richtig Spaß gemacht. Gerne. Und ich freue mich über jeden, der vorbeikommt. Ciao. Servus. 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 Servus.